Hey, ich bin Jugo Urdens. Ich zeige euch mal fünf Fotos der letzten drei Jahre und zähle euch ein paar Storys dazu. Auf dem ersten Foto bin ich in Mazedonien und gebe ein Interview im Fernsehen, also fürs Fernsehen. Und das ist ja eine ganz bekannte Moderatorin dort. Und ja, war sehr lustig, das erste Interview auf Mazedonisch zu führen. Es war halt alles ja so im Konjunktiv geredet. Also vielleicht wird das dann eventuell mal was werden und alles sehr vorsichtig, alles ausgedrückt. Und ja, war einfach lustig. Da geht es weiter. Das ist ein Screenshot von einem Instagram-Post von Ruskaya. Da habe ich auch 2017, glaube ich, bei Willkommen in Österreich bin ich aufgetreten. Und wie ich nach Wien gekommen bin, habe ich als erstes immer Willkommen in Österreich gesehen, also als ich ein bisschen älter wurde. Und das war für mich immer das Pflichtprogramm so im Fernsehen. Und dann da wirklich da dort zu sein und von Christemann und Sternmann da ein bisschen veräppelt zu werden, ist halt, also hat ungemeinen, unglaublich großen Wert für mich gehabt. Und dann halt auch mit Ruskaya, die ich halt als 15-, 16-Jähriger so arg gehört habe, mit denen halt aufzutreten und einen Song von mir, den ich komponiert habe, da live aufzu- also so zu performen, ist halt unglaublich. Heute ist ein gottverdammter Feiertag, denn ich habe endlich den rot-weiß-roten Reisepass. Na, mich hat halt eben dieses Östliche und diese Trompeten und dieses Harte und diese Stimme, mir hat das einfach so fasziniert zu der Zeit. Erstes Mal in Berlin, auch beim KDW-Dreh. Ich war noch nie in Berlin, also einmal mit 5. Da habe ich mit dem Zoo verlaufen, da hat mein Vater ganz, ganz lange gesucht. Das erste Mal in Berlin mit 22, da haben wir ein Musikvideo gedreht für Läuft, mit so einer ganz alten Kamera, mit so einer Kassette noch. Und da sehe ich ein bisschen aus, als würde ich so ein Porno drehen. Und ja, es sieht ganz witzig aus. Wir haben am Reberbahn-Festival gespielt und an dem Tag habe ich dann erfahren, dass wir einen sehr guten Gig spielen werden, der sehr gut bezahlt ist. Und da waren wir so, hey, komm, wir gehen heute essen am Abend. Da sind wir in ein sehr nobles, also relativ nobles Restaurant gegangen und haben da einen unglaublich schönen Abend gehabt und uns bis ins Delirium gesoffen und so gut gegessen. Und wir haben Sachen bestellt, die wir nicht aussprechen konnten. Und ich habe ganz lange gekeldern müssen und dann halt immer in solchen Läden halt herumgekeldern. Das ist dann schön von der anderen Seite, das jetzt dann endlich ab und an erleben zu dürfen. Und wirklich einfach gut zu essen. Ich liebe es, gut zu essen. Und das ist dann ein echt guter Laden. Ja, der Abend war schon... Das war ein unglaublich schöner Abend. Das nächste Bild, Jugo-Video-Dreh in Skopje. Auf einem Jugo essen wir die Geburtstagstorte von dem Luca, der auch sehr guter Musiker ist aus Mazedonien, der uns da rumgeführt hat und die ganzen Secret Spots gezeigt hat, die ich einfach nicht kenne. Natürlich immer ein bisschen ein paar stressigere Momente, aber das war echt ein wirklich super entspannter Videodreh. Hatten genug Zeit, haben wirklich viel Material gesammelt und war echt... Also erzähle ich mal meinen Kindern noch ein bisschen. Das nächste Bild, das ist mein Onkel Dragan, der hat mich auch... Der hat immer gesagt, muss studieren und lernen, aber mich halt immer unterstützt hat bei der Musik. Und er immer sein Bestmögliches getan hat. Und das ist sein Mercedes, der da im Hintergrund zu sehen ist. Und er in seinem Adidas-Anzug. Und ja, einfach... Wir haben da ein bisschen seine Nerven geraubt, Dieter, die paar Tage, aber hat sich, glaube ich, gelohnt. Nächstes Bild, hänge ich wie Spider-Man auf einer Terrasse von einem Hochhaus, aber es ist nur der erste Stock. Ich konnte da raufklettern. Da habe ich fürs KDW Fotos gemacht, habe wirklich dann gemodelt. Und da habe ich, ich habe super teure Sachen, ich weiß nicht, was ist, aber ein paar tausend Euro Hose, Jacke, keine Ahnung. Und der Fotograf hat mir gesagt, kletter da rauf und pose. Okay, und ich habe halt einfach das ganze Outfit komplett zerstört, so. Und ja, war total bizarr. Waren ihr dann böse, dass du das zerstört hättest? Nein, nein, er hat gesagt, mach das. Ich war so, okay, ich mache das, kommt mir da so, egal, mach das jetzt. Und ja, war lustig. Modelst du öfter? Nein. Also ich habe jetzt Fotoshootings gemacht, für den Rondo irgendwas gemacht. Und jetzt für Musikwoche, deutsches Ding. Aber jetzt nicht, wenn es kommt, dann kommt es. Tour Support für RIN haben wir gespielt. War super krass, mal Champions League einfach so mitzuerleben und Hamburg vor 7000 Leuten zu spielen. Und es war so verrückt einfach, einfach die Möglichkeit, das zu machen. Ist einfach unbeschreiblich toll gewesen. Und da Mannheim, auf Day, wenn wir spazieren, haben Bas und ich haben Badehosen gesucht für alle. Wir haben dann so, komm, wir gehen schnell, haben Badehosen geholt, weil es ein Pool gab und niemand von uns Badehosen hatte. Und ja, da stehe ich vor einem Erotikladen und haben das Foto gemacht, weil mein Hoodie farblich dazu sehr gepasst hat. Und ja, da stehe ich vor.